Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei American Mickey's Alice, wo wir in der letzten Folge gesehen haben, was der Hutmacher für kranke, kranke Experimente am Merzhasen und der Arme am Maus durchführt und das müssen wir irgendwie aufhalten. Ich weiß noch nicht genau wie, aber irgendwie muss dem am Ende gesetzt werden. Ich weiß nicht, ob die beiden noch irgendwie mit den Körpern, die sie jetzt haben, wieder glücklich werden können, aber auf jeden Fall müssen die aus dieser Vorrichtung raus. Die Experimente müssen aufhören. So, irgendwo hatte ich letzte Folge eine Tür aufgemacht. Ah, die Tür ist jetzt offen. Und irgendwo ist aber noch eine aufgegangen. Ich bin mir gerade nicht sicher welche. Ich schaue eben nochmal hier lang. Okay. Dann gehen wir wohl mal hier weiter. Schnell wie Merkur und Kupflos von der Geschwindigkeit. Er ist von der Zeit besessen. Finde ich. Sonst läuft deine Zeit ab. Netter Hinweis. Danke. Okay, da oben hängt auf jeden Fall noch eine Spinne. Da hängen zwei Spinnen. Da hängt auch eine. Die Frage ist, wann triggern die? Geht das? Nein. Natürlich nicht. Zu schön gewesen. Komm ich hier durch? Ja, will ich das schon? Oh, und da ist noch ein guter Bekannter von uns. Um den kümmern wir uns gleich. Den hatte ich auch bis eben völlig verdrängt. Komm, wir kümmern uns erstmal um euch beide Hübschen hier. Okay. 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 Nicht, dass ihr immer gleich noch irgendwie in den Rücken fällt. Okay. 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 Dann müssen wir irgendwas mit dieser Uhr machen. Ich weiß noch nicht genau wie. Hey. Da ist der dritte Würfel. Den. Und ich nehme fix. Das ist ja super gelaufen. Probieren wir nochmal. Probieren wir nochmal. Probieren wir nochmal. Probieren wir nochmal. So. Hier hoch ist auch viel einfacher. Okay. Ne. Wie machen wir das denn mit dieser Uhr? Irgendwie. Da gibt es nur noch Meta-Essenz. Die brauchen wir jetzt nicht so dringend. Irgendwie. Irgendwie konnte man... Na, wir gucken erst nochmal. Na ja, klar. Oh, das ist gar nicht so interessant. Wird zwar bestimmt auch noch runterkommen, oder? War die Tür hier eben schon? Offensichtlich müssen wir hier auf jeden Fall weiter. Bin ich nur kurz umgeschaut, um zu gucken, ob über mir auch noch eine Spinne hängt. Aber das war dankenswerterweise nicht der Fall. Okay, das sieht viel zu einladend aus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut finde. Oh. Hi. Ich erinnere mich an dieses Gebiet. Und ich erinnere mich, dass ich nie wusste, wie ich hier wieder wegkam. Mal gucken, ob ich diesmal draufkomme. Ich habe im Moment noch gar keine Ahnung. Weißt du, dass es irgendwas mit diesen Tassen zu tun hatte? Und irgendwas mit dieser Uhr da. Aber frag mich nicht was. Na, komm schon. Geht doch. So, dann... Speichern. Wow. Das muss man aber auch gut timen. Okay, ich sollte nicht in den heißen Tee springen. Wow. Und die Zuckerwürfel oder was immer es ist, gehen auch gerne mal unter. Okay, irgendwas hatte es mit dieser riesigen Uhr auf sich. Ich weiß noch nicht was. Wie zum Geil ging das? Oh, da unten ist irgendwas. Oder sind das nur die Tee-Würfel, die da durchgefallen sind? Ich glaube, ich musste einfach erstmal in alle Tassen rein. Das klingt irgendwie logisch. So, überall mal drauf. Das Ding zum Versinken bringen. Und dann... Sehen wir mal weiter. Wird bestimmt schon irgendwas machen. Ah, dann kommt nämlich die Uhr runter und das Portal geht auf. Okay, ist eigentlich gar nicht so schwer. Hm. Erstaunlich, dass ich da früher nie drauf gekommen bin. Gut, ich war jung und unschuldig. Hatte nicht so viel Erfahrung mit Tee. Okay, dann stellen wir uns wohl mal den Hutmacher. Mal gucken, was das gibt. Gesicht? Ernsthaft? Ich finde, der Hutmacher hat ein Gesicht, das er auch nur eine Mutter lieben kann. Da vorne liegt irgendwas, was ich vermutlich haben möchte. Es fehlt nur noch das Auge des Jabberwocky. Er hat zwar zwei davon, aber er hängt an beiden. Ich fürchte, da wird er seine Meinung nicht ändern. Wo ist übrigens der Hutmacher? Da oben. Ich befürchte, er kommt gleich hier runter. Ich befürchte, das wird nicht lustig. Oh Gott, ist er schnell. Okay, so mache ich ihm mal keinen Schaden. Würde ich sagen. Auf den Hut, das scheint zu gehen. Oder muss ich ihn einfach nur so treffen? Bin mir da nicht ganz so sicher. Alter, kann er das nicht machen? Okay, Hut ist ganz okay. Dann bearbeiten wir ihn mal fröhlich mit dem Messer. Alter! Kann er das nicht machen? Vor allem fliegen T-Tassen aus seinem Hut, die dann explodieren. Das ist einfach nicht richtig. Warum kann er Raketen aus seinem Finger schießen? Das ist auch nicht richtig. Warum nimmt er gar keinen Schaden? Also, er macht halt nicht diesen Move. Ist ich wirklich diese eine rote Rune auch? Ich meine, das wäre natürlich logisch, wenn ich die treffe. Okay. Das scheint zu funktionieren. Ob das auch mit den Karten geht? Mit den Karten habe ich wieder Autofokus. Das ist auch nicht so geil. Äh, wait, what? Oh, hi! Ich kriege Besuch. Ist aber ganz okay. Die Droppen Meter ist ganz hoffentlich. Wow! Und machen ultra viel Schaden. Könnt ihr das bitte nicht tun? Wie wärs mit dem Messer werfen, Alice? Oh, okay. Was? Wait, what? Ich speichere mal ganz kurz. Das sieht, glaube ich, gerade ganz gut. So, kommt der jetzt wieder runter? Oder? Was passiert hier? Hallo? Herr Hutmacher? Oh! 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 Here we go! Okay, das geht, aber irgendwie nicht sonderlich gut. Das war etwas zu hoch. Mist. Jetzt im Moment noch verzogen. Okay, das geht. Mist. Ist gar nicht so einfach zu treffen, wenn man denkt. Oh! Bin ich wieder von... von Gelände schlagen lassen. Die Metaessenz brauche ich eigentlich gerade gar nicht. Hm, eigentlich hätte das ein Fällertreffer sein müssen. Ich bin mir nicht so richtig sicher, was hier abgeht. Ah, müsste jetzt wieder Besuch. Okay. Robo-Action ist angesagt. Au! Also bitte nicht eine Fäuste auf mich schießen. Das fände ich extremst entzückend. So entwachsen dir die Dinger viel zu schnell nach. Immer weg. So. Metaessenz bitte, danke. Sehr schön. Speichern. Messer auswählen. Was auch immer dieser Tropfen macht, ich habe keine Ahnung. Der macht mir irgendwie gar keinen Schaden. Was ich ganz angenehm finde, um ehrlich zu sein. Ah, okay. Wenn es hier 6 Uhr ist, kommt wahrscheinlich der Hutmacher wieder runter. Sprich, jetzt. So sieht es aus. Spiel durchschaut. Wow. Treffer. Ich frage mich. Ob ich ihn hiermit irgendwie ein bisschen beeindrucken kann. Mh, offenbar. Mh. Mh. Gott, da sind Wölfe rollen einfach zu weit. Guck mal ein bisschen weiter hier rüber. Muss mal Feuer fassen, Junge. Mh. 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 Was habe ich denn noch? Ich könnte versuchen ihn mit dem Crockett Schläger zu treffen, aber das wird glaube ich erst recht nichts. Zumal sobald er hier unten ist, ich vermutlich auch wieder Autofokus drauf habe und dann erst recht nicht treffe. Gucken wir mal. Jetzt haben wir gleich wieder 6 Uhr. Here we go. Na okay, das geht. So lange ich dann... Also irgendwie treffe ich damit auch nicht immer, aber... Ab und an. Wow, nicht gut. Uah, fuck. Nicht gesund. Ich brauche Metaessenz und zwar dringend. Vor allem ist welche. Uah, offen, offen, offen. Ist er weg? Sehr schön. Sehr schön. Oh Gott, scheiß Hauberter. Geht mir jetzt halt nicht auf den Knispel. Okay, wir haben Metaessenz. Das regeneriert auch wieder. Bis 6 Uhr dauert es noch einen kleinen Augenblick. Bis dahin ist das Mana wieder halbwegs voll. Das geht. So, mit was machen wir das? Machen wir das weiter mit dem Crockett Schläger? Ja, das macht halt nicht so viel Schaden. Ich glaube, ich bleibe mal ganz kurz hierbei. Versuche das hiermit nochmal weiter. Der hält aber auch einfach massiv viel aus, der gute Herr. Oh. Okay, damit treffe ich gefühlt gar nicht. Das kann ich halt super vergessen. Dann doch wieder Messern. Also langsam musst du doch echt mal platt sein. Mist. Komm. Das liegt ihm jetzt herzlich wenig. Ja, nicht runterschlagen. Danke. Okay. Und weg ist er wieder. Und ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ich frage mich, ob es hier so Megaman-mäßig eine Waffe gibt, die extrem gut gegen ihn ist. Ich nehme mal diese Metaessenz gut. Wenn er vieles einfacher macht. Das leuchtet da drüben eigentlich so massiv. Das ist doch auch nur Metaessenz, oder? Ja. Die lasse ich da auch mal. Wo spawnt er doch gleich? Links oder rechts? Ich kann es mir nie merken. Da. Ja. Brenne. Kannst du nicht ein Stück weit rüberkommen? Jawohl. Gott, endlich! Ich dachte schon, das hört nie auf. Ab mit dem Kopf. Das war... ...irgendwie sehr creepy. Ich, äh... Möchte hier jetzt ganz gerne weg. Und ich möchte speichern vor allem. Kommen wir jetzt da weiter? Da sind wir ja letztendlich reingekommen, ne? Okay. Irgendwas ist noch zu tun. Geht es da weiter? Geht hier eine Tür auf? Nein. Was ist mit hier? Ist hier irgendwas dazu gekommen? Nicht wirklich... Ah, ich kann... Ah, ich kann... Ah, ich glaube, ich habe es durchschaut. Das... Ich kann... ...sterben. Und neu laden. Wahrscheinlich hätte ich hier auch schon viel früher hochgekonnt. Da vermute ich irgendwas bekommen, was mir im Kampf total geholfen hätte, Alter. Kann dir da bitte nicht die ganze Zeit runterfallen? Mit dieser Uhr kannst du die Zeit anhalten. Vorüber gehen. Dann geht die Zeit weiter und alle bewegen sich wieder. Nur die Toten nicht. Sehr schön. Die hätten wir wahrscheinlich wirklich früher einsammeln sollen. Oh, oder wir kriegen sie jetzt als Belohnung. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich weiß gar nicht, ob ich hier vor hochgekonnt hätte. Falls ja, hätte es vieles einfacher gemacht. Nun ja. Ähm... Letztendlich. Kampf überstanden. Und Abfahrt. Zumindest der Greif ist wieder frei. Ich möchte dir meine Dienste anbieten. Versprich nur, was du auch halten kannst. Ich werde die rote Königin bekämpfen. Der Ausgang der Schlacht ist ungewiss. Du bist nicht allein. Gestatte, dass ich dir als Kommandant diene und die Truppen anführe, die du bereits für dich gewonnen hast. Wir brauchen eine Schlachtstrategie. Um die Königin angreifen zu können, müssen wir die Tore ihres Reichs passieren. Und das geht nur mit dem Augenstab des Jabberwocki. Öffne das Tor, dann führe ich die Truppen zum Sieg. Welche Truppen denn bitte? Bislang haben wir ja noch gar nicht so viele Leute auf unserer Seite. Land von Feuer und Schwefel. Brennende Neugier. Hm. Diese Wortspiele machen mich ein bisschen fertig. Wir brauchen Verbündete, Alice. Ich hole Verstärkung. Nur Mut. Das mit den Greifen hat ja bei Herr der Ringe schon gut geklappt. Hm. Wobei, bei Herr der Ringe waren das wirklich Greifen? Nicht direkt, ne? Also nicht in dem Sinne. Ähm. Wow. Hi. Ähm. Ich wollte gar nicht die Uhr. Entschuldigung. Okay. Aber jetzt sehen wir zumindest auch direkt, was mit der Uhr passiert. Was wir nicht sehen ist, wie viel die aushalten. Also wir müssten dann einfach hoffen, dass die tot sind. Hm. Ja, ist er. Auf jeden Fall. Okay. Die halten fast gar nichts aus. Gut zu wissen. Wir hatten davon ja noch nicht so viele. Hat sich das irgendwie schon wieder verdrängt. So. Erstmal dringend wieder Mana auffüllen. Da drüben auch noch. Was ist denn die Uhr? Ist hier die Uhr? Da sind die Würfel. Da ist die Uhr sehr ungünstig. Okay. Da muss ich mir wirklich mal das Mausrad angewöhnen. Hm. Okay. Dann machen wir uns jetzt auf jeden Fall mal auf die Suche nach dem Auge des Jabberwocky. Das heben wir uns aber wie zu erwarten für die nächste Folge auf. Da müssen wir glaube ich auch irgendwo da ins Gebirge kraxeln. Und ich habe keine Ahnung wo genau wir sind und ob ich hier wirklich sein möchte. Nun gut. Vielen Dank erstmal fürs Zugucken. Einen angenehmen Tag wünsche ich noch und bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Haut rein. Tschüss.